Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Black Wake. Dieses Mal wählen wir hier ein paar andere Waffen aus. Ich hätte gern die da mal, weil ihr seht, die Waffe ist wirklich etwas Besonderes. Aber das Ding ist, bei der Waffe, die hat halt sehr wahrscheinlich nicht so eine große Reichweite wie die hier. Das müssen wir auch im Hinterkopf behalten. Deswegen würde ich dann als Sekundärwaffe einen Revolver? Nehmen wir mal einen Revolver, den habe ich auch noch gar nicht gespielt. Das nehme ich dann, oh nee, Brockenbottle, Pike, eine Axt. Wir nehmen mal was ganz anderes. Und hier ist das Fernrohr, da kann man dann gucken, wie weiter Gegner entfernt ist. Wie gesagt, bin ich nicht so der Freund von. Confirm, loadout. Ich bin wieder kein Captain, weil ich es nicht sein will. Noch. Wo ist unser Schiff? Ja, falls ihr nicht wisst, was euer Schiff ist, ist es immer das Schiff, wo die Kletterseile hier leuchten. Das ist immer euer Schiff. Okay. Schön. Alle Kanonen sind schon geladen. Ich bin wieder heute Englander. Hier habe ich einen Revolver. Wie gesagt, der Sound ist hier ein bisschen... Ah, okay. Der hat einen Schonschuss und da war ein Nachteil natürlich, ich kann nicht zielen. Dasselbe jetzt auch bei der anderen Kanone hier. Ich lade mal nach. Kann ich nachladen? Oh, nee. Das steht unten. Respawn. Was drücke ich? Natürlich war der er. Oh weh, oh weh, oh weh. Da vorne sind die Piraten. Wir steuern auf unser Verderben zu Captain. Ich schieße mal kurz mit der. Er tut alle einfach feuern. Auf einmal. Also das Ding ist heftig. Alle Kugeln auf einmal. Der überlebt das sehr wahrscheinlich nicht der da mitgetroffen wird. Oder die. Oder das. Okay. Jetzt habe ich hier noch meinen Speer auf der 3, oder? Ja. Habe ich auch noch nicht gehabt. Bin jetzt mal gespannt. All Captain! Aus der Distanz. Er hat Ready gesagt. Noch nicht. Feuer, Leute. Ach, ich feuer auch mal. 500 Meter. Haha, ich habe getroffen. Ich kann echt gut einschätzen. Leute. Junge. Gehst du weg? Also. Dann macht einfach mal eine Kanone. Die Sau. Oh, oh. Vorne, vorne, vorne. Wir werden gleich von vorne angeschossen. Der Captain sieht das noch nicht. Geh gleich mal auf die andere Seite hier rüber. Junge. Geh ich eben hier hinten hin. Feuer! Wow! Das hat gesessen. Das hat gesessen. Es ist halt immer schwer, ne? Da schnell genug die Befehle so zu geben. Am kurzen wäre es natürlich, wenn man hier, ähm, den Sprachchat im Game hier nutzen würde. Das machen auch viele Kapitäne. Die schreien dann, all on the backboard side. Und bla 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 bla. brauche ich nicht feuer gut getroffen da habe ich nicht getroffen da hätte ich niedriger ziehen sollten von vorne werden wir ganz schön abgeschossen drei löcher das ist nicht gut da kann ich nicht belaufen wir brennen das ist nicht schön das ist nicht geil wir brennen wir brennen die brennen brennen so haben wir war mir wir haben ja ich habe jetzt mal das loch ich habe erst mal kurz hier das loch löcker sind gefährlicher als feuer in der tat man möchte es nicht meinen aber wo haben wir eimer captain findet die eimer nicht schnell 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 so wir brauchen wir werden von allen seiten zerschossen sind die eimer wo sind die verdammten eimer ja junge du siehst doch dass ich davor stehe ja wenn ich irgendwo das letzte loch sehen würde captain würde ich reparieren aber bin ein blinder fisch bordzeit getray ops nicht short also die wir stecken echt gerade sehr gut ein stecken gerade richtig gut ein reparieren reparieren wir müssen das große schiff außer gefecht setzen die gallione das wäre das geilste der captain dreht aber auch da und rechts und links rechts und links rechts und links er muss befehle geben welche zeite man fertig machen sollen haben weil man selber kann sich weiter drehen weiter drehen weiter drehen der hat gesessen der hat gesessen das war gut wie schaut das ist geil rein damit kanonkugel reinladen die segel sind kaputt ich kümmere mich mal kurz hier wird schon gekümmert er kümmert sich auch um die segel die wurden versenkt die beraten prepare the port site prepare the port site ey captain ah schon wieder leer leute ladet doch hier mal die sachen nach ey captain need shot nein der will jetzt ram ist der wahnsinnig junge ey captain oh schnell drauf töte diese piraten schweine oh da wurde von der kanone weg geflext aber die sind die sind fast also die sind fast geschichte die gallione das ist wirklich gut das ist wirklich gut ja komm 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 lass mich drauf lass mich drauf lassen ja das ist klar mein freund na das schiff ist jetzt ziemlich immer wieder ins wasser geplomst das haben wir selber jetzt im kind gezogen piraten wurden zerstört geil läuft bei uns läuft bei uns das ist echt das klasse wenn vorne die nase kaputt ist kann man sich ja nicht bewegen und die muss man halt wirklich mehrmals reparieren und dann noch extra die segel und 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 das ist alles alles etwas grittisch da hinten sind die piraten ist recht weit weg unsere freunde brennt gerade ein bisschen darf man hier die kanone nach wie shot warum wir hatten denn alle leute hier die kanon nur halb mann ne auch gleich ein shot wenn das so weiter geht geht vorbei ich weiß dass es vorbei geht aber cool was wir auch aufpassen müssen ist ist dass wir nicht unsere freunde abschießen das kann auch gut und gerne mal passieren ok 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 es sieht glaube ich recht gut für uns aus ich gehe mal hier rüber an die kanonen sind schon alle jetzt besitzt nicht auf unsere freunde schießen mit nennen schön schönes ding schönes ding die haben gesessen wurden zerstört die shot leute 17 haben wir nur noch hier sind langsam out of munition das ist nicht gut aber wenn wir keine munition mehr haben dann gehen wir runter wisst auch gar nicht wo man die sich jetzt hier besorgen sollte feuert männer oh das hat gesessen kill ist sogar gezogen aber wenn das so eine geile breitseite auf einen zukommt kann man echt wenig machen nein 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 hey captain oh shit ich brenne ich brenne ich steche euch alle nieder ich glaube wir haben es wir haben es geil ich brauchte wo ist mein tee ich baue mal einen britischen tee und dann habe ich hier amerikanischen akzenten ja läuft bei uns leute repariert mal hier ein bisschen die nase kanonen sind geladen oh wir werden von hinten abgeschossen mit jagdkanonen das ist gefährlich das ist eben die gefahr wenn man steht dann wird dauerhaft abgeschossen ja komm löcher reparieren und gefixt und das schöne ist auch bei dem schiff man kann halt auch einfach zurück schießen das ist eben das geile so nachladen das nachladen dauert halt bei der waffe extrem lange als soviel läufen es wäre cooler wenn man alle nacheinander abschießen könnte so ähnlich wie bei dem revolver na oder da schwimmt ja ja kanonen nachladen ich bin also manche leute sorry aber die sehen da steht schon einer rennen die einfach ganz schnell verstehe ich nicht muss man nicht verstehen aber ist auch egal das wetter ist auf unserer seite captain die segel sind brei gefüllt mit nordwind ich sag jetzt einfach mal dass das in ordnung ist obwohl ich jetzt gar nicht sagen kann ob die sonne untergeht aufgeht keine ahnung der feind brennt die schüsse haben gesessen da kommt junge schießen wunderbar nachladen kugeln rein kapten kanonen geladen kapten und wird die monium 13 uhr noch geht uns langsam die munition flöten was wirklich eine gute gefahr hier ich würde sagen 400 meter das ist aber wir haben gedacht wir haben getroffen junge was magst du also sorry dass das sagt na aber manche leute gucken halt gar nicht also die gucken halt wirklich na der gesessen das weiß ich geladen versuch uns zu ram aufpassen männer wir haben uns zeitlich gerammt aber ihre naß wurde nur zu stört schnell schnell schießt das hat gesessen das hat gesessen enter das schiff männer rüber schießt alle nieder diese piraten der revolver ist aber geil kann man pang 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 machen wie gesagt sorry dass das sound nicht so geil ist gerade das liegt wirklich am spiel mich an mir wahrscheinlich am server geil schönes gefecht schönes gefecht schön fix britten haben wieder mal gewonnen match in 44 sekunden das ist schön und ich denke damit bedanke ich mich dann auch recht herzlich fürs zuschauen ich hoffe ihr hatte ein bisschen spaß und bis dahin macht's gut bis zum nächsten mal chao schiff